So Leute, es ist soweit. Endlich kommen wir zu einem Gewinnspiel, der ich auch seit langem schon rausgeschoben habe, aber da ich jetzt die ganze Zeit in Bulgarien war und euch die ganzen Bulgarien Videos gezeigt habe, wird ich die Gewinnspielauslosung auch jetzt verschoben, aber heute ist es endlich soweit. Die damaligen Gewinnspielfragen natürlich, in welchem Haus kann kein Mensch wohnen? Ich will jetzt erstmal vielen Dank fürs Mitmachen und auch für uns waren einige lustige Antworten dabei, deswegen natürlich möchte ich auch nicht nur meine Antwort, die war zum Beispiel das Vogelhaus, war die richtige Antwort, aber eure Antworten waren natürlich auch lustig, deswegen habe ich alle natürlich Antworten mit reingeworfen und jetzt bin ich mal gespannt, wer diese schöne DVD und diese Kette gewinnt. Jetzt schauen wir mal, wer gewinnt. Losgezogen Und wir schauen Lipstick hat den Preis gewonnen Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit Ciao Ciao Ciao